Minute 26, die nächste Chance und das nächste Tor. Diesmal macht er ihn rein, Palco Dardai. Das zweite Mal lässt er sich das nicht entgehen. Nach der guten Hereingabe von Denis Jastrubinski. Der da auf der linken Seite. Und der kommt deutlich besser rein. Mit vollem Risiko. Macht er seinen zweiten Treffer heute, Palco Dardai. Schön und technisch gut gemacht. Obwohl er ihm am Anfang so ein bisschen verspringt, knallt er den dann einfach ins Tor, auch wenn er gar nicht so richtig platziert war.